Emerald hier ist unser Tourguide und sie hat für mich mal ihre Handtasche geöffnet und darin hat sie eine große Portion Betelnüsse. Die wechseln hier an Bäumen, so einen Baum zeige ich euch gleich nachher noch. Das ist eine Art Nikotin-Ersatz. Kannst du uns etwas über Betelnüsse erzählen? Betelnut, das ist von einem Tränen. Es dauert nicht lange lange, es dauert nur fünf Jahre, um es zu werden, um es zu werden. Und das ist dann, wenn es die Nut produziert wird. Und wie oft benutzt du es? Für mich? Um, ich benutze, um... Ich kann nur eine Stunde ohne zu benutzen. Eine Stunde ohne zu benutzen? Ja. Das ist eine lange Zeit? Das ist eine sehr lange Zeit. Für mich, es hilft, die Stress zu erleben. Kindert wie es für andere Leute zu benutzen. Aber für mich, es ist zu benutzen. So, du musst es zu benutzen, zumindest eine Stunde. Ja. So, wie oft benutztest du ein Tag? Um, um... 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 Um, um, um... Um, 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 also auf den Gang、 rausgeritt Und das serve als ein activator. Ah, ein activator für die Nutzung. Ja, so es bringt auch die flavor in die Nutzung, in die Tobacco und in die Pepperleaf. Denn ohne die Nutzung, die Nutzung nur schmeckt bitter. Can you show us? Sure. So, you put the lime powder on. Und dann, you put the cigarette on it. The cigarette on it? Yeah. What kind of cigarette is it? Uh, it's light. Light, and then you put it on it, and then? And then, after that, I just peel off some of the skin from it. Put it on top, and then I chew it. Okay? Yeah. That's it. Okay, and then, when you're chewing, you don't swallow. Ah, it's so good. Because the lime powder, when you swallow it, it can, if you put too much on your betel nut, then it burns the side of your mouth, and sometimes your tongue. Are we hoping? So, you have to spit. So, you chew it, and then, if the juice comes out of the betel nut, then you have to spit it out. But you have something special here as well, right? Yes. So, you showed us some pepper leaves. Yes. What do they do? This pepper leaf, it makes the, gives more flavor to the nut. Uh-huh. It gives it kind of like a spicy flavor. Uh-huh. And it makes your mouth red. It makes your mouth red. Yeah. And that's how you can see that people are chewing betel nuts. Yeah. Some of them, they have really, um, red teeth and a red mouth. Yeah. See, now, like this, I can put it in my mouth, and then, in a bit, it's gonna start turning red. Oh, okay. No, you did. No problem. Yeah. Thanks for showing us. Good. It was very interesting.